Musik Man kann Macht über andere Menschen ausüben, solange man ihnen etwas gibt. Nimmt man einem Menschen aber alles, dann hat man seine Macht über ihn verloren. Guck, ich lebe in einer Zeit, wo du hart für deine Stimme kämpfst, deshalb wehen die Fahnen. Das ist der Grund, warum der Himmel brennt. Hast du die Wahl, dann kill bevor dich was zerstört. Villa oder Wasserwerfer, Williams oder Zuckerberg. In einer Zeit, wo der Wohlstand so gewöhnlich scheint. Man schaut auf deinen Lebenslauf, statt nach deiner Persönlichkeit. Jeden Morgen Depressionen, du darfst bloß nicht scheitern. Jetzt ich lebe in einer Zeit, die dir leider keine Zeit mehr lässt. Lebe in nem Staat, wo die Unterschicht am düsten ist. Und jeder Bulle gerade deine Grundrechte mit Füßen tritt. Kriminelle sind verhöhnt in diesem Land. Und im Finale schüttelt Merkel einem Höhnes dann die Hand. Du kannst wählen zwischen übel oder krank. Du kannst wählen, wer bringt am besten seine Lügen an den Mann. Ein Staat, wo du besser nicht nach etwas fragst. Denn sonst bist du am Ende der gekickt und bezahlst. Ich lebe in einer Welt, wo du Geschäfte mit dem Teufel machst und kaum einer der Menschen hier noch irgendwelche Träume hat. In einer Welt, wo du dich über nix mehr wundern kannst. So lange haben wir weggesehen, denn das hier ist der Untergang. Ich lebe in einem Land, wo du ein Bastard bist, voll Neid. Dein Arbeitgeber Freund ist und dein Nachbar ist ein Feind. Das sich zufrieden gibt mit Weizen, Bier und Brot. Hier wird Ehrlichkeit bestraft, aber das Geizen wird belohnt. Jeder will verschieden sein, doch am Ende sind alle gleich. Hauptsache, dass es im Jahr für eine Woche Malle reicht. In einem Land voll den Unzianten kriegst du Hausverbot. Die Großen sitzen in der Suite mit Schlaffmutz im Haufen Koks. In ein System, was sich Marsen schafft durch Billiglohn. Die Jugend säuft sich draußen auf der Straße, gerade in den Tod. In ein System voller ekelhafte Neidhaun. In der U-Bahn, einen Rentner zur Bewegungslosigkeit. Ein System, was den Bürger als Belastung sieht. Kein Geld hat für das Schulsystem, doch Geld für einen Waffenkrieg. Kennst du die Wahrheit, wer der Mörder war von Kennedy? In einem System, was sich gerade aufs Förbern durch dein Handy riecht. Ich lebe in einer Welt, wo du Geschäfte mit dem Teufel machst und kaum einer der Menschen hier noch irgendwelche Träume hat. In einer Welt, wo du dich über nix mehr wundern kannst. Zu lange haben wir weggesehen und das hier ist der Untergang. Lebe in einer Welt, wo du Geschäfte mit dem Teufel machst und kaum einer der Menschen hier noch irgendwelche Träume hat. In einer Welt, wo du dich über nix mehr wundern kannst. Zu lange haben wir weggesehen und das hier ist der Untergang. Untertitelung des ZDF, 2020